Musik 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 So, Emma ist auch nach Ostern an, weil das brauchen wir heute alles für die Show. Und hier kann ich hier einige Sachen. Ich stelle die mal einfach an hier hin. So, das sind erstmal alle Sachen, die wir für heute brauchen. Wir sind hier übrigens in Bad Oeynhausen, in der alten Druckerei. Das ist ein Veranstaltungsort, den der Magische Zirkel mitnutzt. Und da haben wir heute Kinderprogramm. Ich bin mal gespannt, wie viele Kinder kommen. Und dann lassen wir wieder richtig die Sau raus. So, da sind wir wieder. Große Kiste. Musik 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 Hey, hallo und herzlich willkommen! Und liebe Eltern, nun ist es endlich wieder soweit und die Show kann beginnen. Rollen! So, hier sind wir im Backstagebereich sozusagen von der Direktarei. Wir haben hier alles ein bisschen aufgebaut. Die Kinder kommen jetzt gerade ein, das heißt wir sind kurz vor der Show. Es ist jetzt 10.03 Uhr und um 15 Uhr soll es dann losgehen. So sieht ein Backstagebereich hier aus. Die Rumpelkammer schlechthin. Und natürlich geht es gleich gleich auf die Brüder raus. Hier habe ich immer noch mal einen. Das man sich auch noch mal ein bisschen einwiesen kann, weil Zauberer es nicht riechen kann. Und dann bin ich mal gespannt, ob alles gut tut. So, und hinter der Kamera steht Pascal. Der geht gleich wieder raus, filmt so ein bisschen und dann bin ich mal gespannt. Bis es nach einer Stunde ist, ob es irgendwann noch genau zu gut geht. Das bin ich mal. Das ist wohl. Wir lieben. Wir leben. Wir leben.